Servus, sagt der Bayer, und zwar dieses Mal aus Ogau auf Deutsch. Wir sind in Oberammergau, im Oberland, das ist der Süden von Bayern, in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Und hier gibt es die einmalige Aufteilung von 50% Skifahrer-Piste und 50% Snowboarder-Piste. Gar nicht so schlecht, und das alles gibt's bis Ende März für 13 Euro Tageskarte. Hallihallo. Es lohnt sich doch, hier mal herzufahren. Wir zeigen euch jetzt mal ein paar Bilder, und danach sind wir uns hier. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.